Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr, zu meinem diesjährigen Silvester-Special. Ja, ein Jahr ist schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie schnell die Zeit irgendwie rumgeht. Ich weiß noch, letztes Jahr saßen wir hier und haben auch dasselbe gemacht, wie wir jetzt eigentlich machen. Und deswegen, ja, ist einfach unglaublich, wie viel wieder in diesem Jahr passiert ist, 2015, vom YouTube-mäßig jetzt her. Ich dreh mich, ich dreh mich, warum dreh ich mich? Und zwar habe ich gedacht, dass wir in diesem Silvester-Special wieder ein bisschen labern, was auch so passiert ist. Aber ich habe mir diesmal ausgedacht, dass ich euch immer monatweise Highlights zeige. Also ich sage euch einfach mal, wie ich das geplant habe, dann werdet ihr das vielleicht auch verstehen. Also ich habe mir von Januar bis April, das sind ja vier Monate, Januar, Januar, März, April, sind vier Monate. Aus diesen vier Monaten habe ich mir, wie gesagt, ein paar Videos rausgesucht, wo wir dadurch ein paar Highlights sehen werden. Danach von Mai bis August, sind auch wieder vier Monate. Und dann noch von September bis Dezember, da habe ich dann nochmal ein paar Videos rausgesucht, die für mich, ja, in diesem Jahr einfach wichtig waren. Und deswegen, wir schauen jetzt, äh, Zeitspanne für Zeitspanne. Genau, das war das Wort, Zeitspanne für Zeitspanne. Schauen wir einfach mal, was so passiert ist. Und, ähm, ja, danach lösen wir natürlich noch den geheimnisvollen Zettel auf, der ist hier noch in dieser Box. Werden wir auch gleich nochmal im Rückblick sehen. Ja, ich füge den hier gleich nochmal mit ein, was wir im letzten Jahr uns geschworen haben. Aber das kommt ganz zum Schluss. Jetzt wollen wir erstmal anfangen. Wir wollen gar nicht groß um den heißen Ball rumreden, auch wenn es der letzte Tag leider ist im Jahr. Aber mit guten Vorsätzen dann ins neue Jahr. Ich habe mir rausgesucht. Ja, von Januar bis, äh, April war zum Beispiel mein 1.000 Abonnenten-Special. Ja, im Januar schon die 1.000 Abonnenten. Wahnsinn. Das ist für mich, ist das wirklich ein sehr großer Meilenschein, sag ich mal. Dann habe ich bei einem, äh, Event mitgemacht. Vom lieben, äh, jetzt muss ich gucken, wie sein Kanal hat. Ich glaube, äh, Long Place. Ich glaube, Long Place. Er hat nämlich ein, äh, Jump-Event gemacht. Ein Jump-Run-Event, glaube ich. Genau, da habe ich auch mitgemacht. Das hat er auch hoffentlich bald wieder vor. Das war nämlich richtig cool. Vielleicht werde ich mitmachen. Natürlich noch das Minecraft, äh, Together oder ein paar Togethers. Natürlich werden auch gleich noch ein paar Highlights kommen. Dann 2015 war FIFA Ultimate Team 2015, Part 10 oder so. Mein erstes Video in diesem Jahr. Da schauen wir auch gleich nochmal rein. Und natürlich, äh, gab es auch Momente, wo man vielleicht mal YouTube in den Hintergrund stellen sollte, wo einfach das Leben heutzutage wichtiger ist, ja. Und zwar ist, äh, im Januar, am 10. Januar, Junior Malander, ja, Fußballer von Wolfsburg, leider sehr, sehr tragisch, äh, verunglückt, ja, auf der Autobahn hier ganz in der Nähe von mir. Deswegen, da habe ich nochmal ein spezielleres Video dazu gemacht, weil mich das einfach ein bisschen persönlicher getroffen hat, weil es ist hier in der Nähe, ja. Ich wohne eine halbe Stunde weg von Wolfsburg, von seinem Heimatclub, von seinem ehemaligen Heimatclub, muss man ja jetzt sagen, leider. Und deswegen, ja, das waren so die Videos von Januar bis April, die habe ich ein bisschen zusammengeschnitten zu schönen Highlights. Ich hoffe, es ist dir gefallen, wir schauen mal rein. Hier sind die Highlights von Januar bis April. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem neuen Jahr 2015. Ähm, ja, und zwar spielen wir FIFA Ultimate Team. Ja, natürlich FIFA 15, was auch sonst. Kriegt genug eine nicht, Pedro. Pass auf, na was? Oh, nicht kurz vor der Pause, ne? Och, ne, und dann steht's 1-0. Dann steht's 1-0, verdient will ich jetzt nicht sagen, weil so viele Chancen hat er, der er jetzt übrigens auch nicht gehabt. Aber egal, gehört auch dazu. So, Alarm, kurz auf Aubameyang. Derzeit hat die Flanke. Und das ist der Ausgleich, jawoll. Und es ist... Robert Lewandowski, jawoll. Schön gemacht. Lewandowski, Aubameyang. Schön. Jetzt noch mal eine punktgenaue Flanke wie beim Ausgleich. Komm. Und warum läuft Lewandowski denn nicht in die Mitte? Weil er hier den Ball kriegt. Und jetzt! Jawoll! Schönes Tor. Aber für mich, wie gesagt, ist das einfach von Bedeutung her ein ganz großes Video. Wie gesagt, ich stehe persönlich immer noch so ein bisschen unter Schock und auch die ganze Sportwelt. Wie gesagt, die Welt steht unter Schock. Junior Malanda ist heute, am 10. Januar 2015, auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica ums Leben gekommen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special. Es ist ein Draw My Life. Ich habe mir mal was Besonderes ausgesagt, weil so ein, was weiß ich, so ein FAQ oder so macht ja jeder oder so eine Verlosung. Deswegen mal was ganz Besonderes. Ihr erfahrt ein bisschen was aus meinem Leben. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los! Dann machen wir weiter. Ab 2011 begann so ein etwas schwieriges Leben für mich. Ja, eine recht schwierige Zeit, weil ich hatte ja in diesem Jahr, wie ihr wisst, meinen YouTube-Kanal eröffnet am 21. Oktober 2011. Und da wollte ich auf jeden Fall viel Arbeit reinlegen. Aber nebenbei natürlich noch die Berufsschule, die durfte ich nicht vernachlässigen. Ich ging auf eine Berufsschule, wo man Wirtschaft machen konnte, also mehr so Bürodienstleistungen. Und das war nicht so ganz einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. So Leute, das war es also nun mit meinem 1000 Abonnenten Special. Ein kleines Draw My Life. Ihr habt ein paar kleine Einblicke bekommen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich sie versuchen zu beantworten. Ich bin wie gesagt mega froh, dass wir schon 1000 Leute sind hier. Oder 1000 Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Das ist wirklich eine wahnsinnsgroße Zahl. Für mich ist es wie gesagt groß. Für den einen oder anderen ist es eine nicht so große Zahl. Jetzt sagen wir mal auf YouTube. Und ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das war wirklich sehr viel Arbeit. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr den Daumen-Button einfach mal ein bisschen vergewaltigt. Oder ihr drückt einfach auf Abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich freue mich wirklich, dass ich so viele coole Leute kennengelernt habe hier auf YouTube bislang. Und ich hoffe, das geht noch ein paar Jahre so weiter. Also macht's gut und ciao. Und herren und herzlich willkommen zur Aufnahme von LJE zusammen mit dem HSP-LP. Ja, hallo. Na, Moment. Das wird sich nochmal schön spannend. Ja, nee. Das gewinnst du. Ja, ich weiß ich nicht. Der letzte Sprung. Jetzt schon. Jawohl. Ja, ja gut. Boah. Jawohl. Oh, Mann. Auto geht's jetzt hier. Ja, jetzt wird's knapp. Ja, gut. Bam. Ja, gut. Äh, ja. Dann hast du damit gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale des Long Jump Event. Heute ist mein Gegner der Drakon. Wo bist du? Ist du schon wahr? Warst du es gewonnen? Lol. Das ging es aber schnell. Ja, ich, ja, ich halb, äh, ich hab die Map vorhin mal kurz gespielt zum, äh, anzocken, weil ich hab die vorher echt noch nie gespielt und da ging es eigentlich ganz gut. Und ich bin jetzt beim Ziel, ey. Okay, ja, ja, gibt's nicht. Jawohl. Oh Gott. Ja. Ja, damit, äh, hast du gewonnen. Uh, das war alles weiter. Okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars hier auf dem GOMM-ID-Surf heute mit dem Leon wieder, ja? Ja, hallo? Ja, ne? Ja. Oder kommt, warte mal, gelb. Weg. Vorsicht, die gelben da hinten, die bauen sich zu, äh, unserem Silber. Ich muss auch mal gucken. Ich bin auch gleich da. Der gelbe ist weg, aber alles gut. Ich hab alles, alles von gelb vernichtet. Oh, fuck, da oben ist wer bei unserem Silber? Ja, der gelbe. Da war, da war einer. Ja, ich hab... Ich korrigiere, da war einer. Sehr geil, es geht hier einmal hoch. Silber, hopper, hopper. Da haben wir den hier. Na, haben wir die Runde. Äh, GG, Junge. Ja, so einfach geht das. Weißt du, wenn du den Leon dabei hast, da brauchst du keinen anderen, ey. Okay, also danke an den Leon. Sein Kanal ist unten in der Beschreibung, hoffentlich verlinkt. Hoffentlich werde ich das nicht vergessen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und wir sehen uns ja. Und ciao. So, das waren's also nun. Die Highlights von Januar bis April. Vielleicht nochmal herauszuschächen, wirklich der Tod von Junior Malander. Ja, obwohl es auch nur ein ganz normaler Mensch war. Aber wenn man halt heutzutage Fußballer ist, dann kommt man sowieso in die Medien. Egal, ob jetzt sowas passiert oder ob man irgendwas erreicht hat oder verbockt hat. Aber natürlich auch die ganzen Projekte. Zum Beispiel das 1000 Abonnenten-Special war für mich auch persönlich ein Highlight. Ja, hätte ich nie damit gerechnet, als ich vor vier Jahren hier angefangen habe, dass ich mal irgendwann die 1000 Abonnenten überschreiten werde. Das war für mich auch ein Meilenstein, wie gesagt, für meinen Kanal. Ja, und die restlichen Videos, also die restlichen Highlights hat mir auch Spaß gemacht. Es waren halt so viele. Also ich hätte auch fünf oder sechs andere Videos nehmen können und daraus Highlights zusammenschneiden können. Es waren wirklich so, so viele wieder in diesem Jahr. Ja, und deswegen aber in dieser Zeitspanne von Januar bis April fand ich die Zusammensetzung eigentlich ganz nice. Und deswegen hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Dann machen wir weiter mit der nächsten Zeitspanne. Ja, wir waren gar keine große Zeit verlieren, und zwar von Mai bis August. Ja, da war unter anderem dann leider bei FIFA Ultimate Team Schluss. Ja, es hat mir nach einer Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber nachdem die da die ganzen FIFA-Käufe da umgestellt haben, das hat mir da nicht mehr so großen Spaß gemacht. Deswegen habe ich damit auch aufgehört. Die 100. Kanalvorstellung, die wurde hochgeladen. Habe ich, glaube ich, mit reingeschrieben, reingeschrieben, noch in die Highlights rein. Ja, 100 Kanalvorstellungen. Ich meine, das schaffen auch viele, aber 100 ist doch mal eine ganz besondere Zahl. Und ich hoffe, wir steuern so ganz langsam auf die 200. Kanalvorstellung zu. Wäre ja ganz schön, wenn sich noch ein paar dann im nächsten Jahr auch bewerben werden. Aber das sage ich später nochmal zu in dem kleinen Ausblick. So, einen neuen PC. Hat der lieber USB-LP dann auch bekommen? Ja, habe ich euch auch vorgestellt. Dazu habe ich ein Video gemacht, die ganzen PC-Daten. Läuft jetzt super. Jetzt habe ich auch endlich einen zweiten Bildschirm. Da, aber ich muss da hingucken, da habe ich meine Webcam. Und ja, da werde ich vielleicht im nächsten Jahr nochmal ein Video zu machen. Weil zur Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, ja, Silvester, ist der Bildschirm noch ein bisschen am Arsch. Irgendwie, da fehlt noch irgendwie so ein PC-Adapter hinten. Irgendwie, weiß ich nicht, den besorge ich mir dann demnächst mal. Und dann werdet ihr auch sehen mit meiner Vlog-Kamera, ja, wie das hier so aussieht. Und apropos Vlog, ja. Die Vlogs haben dann gestartet auch. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen was mit reingeschnitten. Und natürlich noch im August das große Highlight war natürlich die Gamescom 2015, wo ich auch war. Wo ich ein großes Highlight-Video zusammengeschnitten habe. Und mein persönliches Highlight der Gamescom werden wahrscheinlich viele kennen, wenn ihr das Highlight-Video gesehen habt im August. Oder im September, habe ich das hochgeladen, weiß ich nicht. Im August, glaube ich. Werdet ihr aber auch gleich nochmal im Highlight-Video sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum. Hier sind die Highlights von Mai bis August. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar von FIFA Ultimate Team, aber diesmal keine gewöhnliche Folge. Die Farbe stimmt noch nicht so recht. So, jetzt stimmt die Farbe auf jeden Fall. Es weist vielleicht schon auch ein bisschen darauf hin, was ich jetzt hier besprechen werde. Vielleicht auch schon aufgrund des Thumbnails, das ihr gesehen habt. Oder auch aufgrund des Videotitels. Es wird von mir keinen FIFA 15 Ultimate Team-Let's Play mehr geben. Und ja, die konnten halt dementsprechend ihr Team dann aufbessern. Und heutzutage, wie gesagt, musst du 50 Millionen Spiele machen, dass du mal ein paar Coins zusammen hast. Ähm, dass du dir mal ein paar Packs holen kannst oder ein paar Spieler. Und ich finde, ich hab mich früher zum Beispiel auch mehr gefreut, als ich, keine Ahnung, Neymar gezogen hab oder Xavi, weil die waren halt noch was wert. Heutzutage sind die ja nichts mehr wert. Reus zum Beispiel ist heute nichts mehr wert. Schweinsteiger ist heutzutage da nichts mehr wert. Also deswegen weiß ich nicht, wo da die Logik sein soll bei EA. Aber ey, EA sagt auch, sie machen jedes Jahr die Tollhüter besser. Also da darf man denen nicht zu nahe kommen. Die werden ja auch jedes Jahr besser nicht. So, also um auf den Punkt zu kommen, FIFA 15 Ultimate Team-Let's Play wird es nicht mehr geben. Das ist hiermit abgebrochen, abgeschlossen, sag ich mal. Ich werde beim FIFA 16 komplett neu anfangen. Ich habe mein FIFA Ultimate Team auch gelöscht. Mein Verein, weil ich darauf jetzt erstmal gar keinen Bock mehr habe. Ich distanziere mich erstmal davon. FIFA 16 wird es wieder neu losgehen mit einer neuen Mannschaft. Ja, mal gucken, wie EA das bis dahin geregelt hat. Ob es da irgendwie eine Regeländerung gab. Ob es überhaupt irgendwelche Änderungen gab oder geben wird. Werden wir sehen. Bei FIFA 16 auf jeden Fall. FIFA 15 ist jetzt erstmal leider abgeschlossen, abgebrochen. Mir tut es selber leid. Aber ich denke mal, das ist das Beste, was ich machen kann. Wenn ich selber keinen Spaß mehr an dem Projekt habe, dann bringt es ja auch nichts, wenn man das vorweg schiebt. Und dann sollte man das abschließen. Sollte einen Strich drunter machen. Weil im FIFA 16, da fangen wir wieder neu an. Auf jeden Fall, das habe ich vor. Und dann schauen wir mal. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zuschauer, die dieses Let's Play verfolgt haben. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben ein paar Superspieler gezogen in den Packs. Wir hatten ein paar schöne Pack-Openings, muss ich wirklich sagen. Und dann, ja, wie gesagt. Ich danke euch fürs Zuschauen bei FIFA 15. Ultimate Team. Schaut mal beim FIFA 15. Karrieremodus. Let's Play vorbei mit Paris Saint-Germain. Wenn ihr das weiterhin verfolgen wollt oder bei irgendeinem anderen Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem langersehnten PC-Video. Ich habe ja gesagt, wenn ich meinen PC habe, müsste ich euch mal so sagen, was in dem PC so enthalten ist. Ich habe, wie gesagt, jetzt keine Live-Aufnahmen, weil dafür meine Handy-Kamera zu schlecht ist und eine Vlog-Kamera habe ich leider noch nicht. Deswegen werde ich euch jetzt hier mal ein paar Fotos zeigen, die halt auch auf der Seite zu sehen sind von Neve.com. Das ist eine Firma. Die haben ihren Hauptsitz in München. Dann hat man noch einen E-Mail-Support. Das ist, glaube ich, heute standardmäßig bei jedem. Und eine kostenlose technische Hotline, die ihr also immer, wie gesagt, anrufen könnt, wenn irgendwas ist. Und nochmal diese drei Jahre Pick-up-and-Return-Service aus Deutschland und aus Österreich. Wie gesagt, mir wurde diese Seite empfohlen. Ich bin bislang richtig zufrieden mit der Seite und auch mit dem PC. Die stehen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und die ganzen Daten, die ich euch jetzt noch nicht gesagt habe, die stehen unten nochmal drin für die PC-Experten unter euch. Die wissen bestimmt, ob das gut ist oder nicht. Und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben oder einfach ein Abo dalassen, wenn ihr es mehr verpassen wollt. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Kanalvorstellung Nummer 100. Es ist also endlich soweit. Die 100. Kanalvorstellung ist draußen. Brotinio ist der Glückliche, ist der 100., der vorgestellt wird. Es hat vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mit Kanalvorstellung begonnen. Im Januar 2013 hat das bekommen mit keinem Video gemacht. Ah, der Uploadplan, Montag und Donnerstag, Minecraft Minigames, Samstag oder Sonntag, irgendwas. So ein L-Gart. Musik wird immer von Vixento verwendet. Heißt das ohne, Vixento. Ja, genau. Also, wie gesagt, hier unten ist der Link zu seinem Livestream-Account, einmal zu Twitch und zu seinem Twitter-Account. Falls, wie gesagt, da mal irgendwie kein Video kommen sollte, schaut drauf vorbei. Musik wird immer wieder. Aber wir werden es trotzdem machen. 5 und 6, weiß ich nicht, auf jeden Fall gibt es hier oben noch zu essen, es ist nur leer, ihr müsst euch dort angucken, das ist leer, hör mal. 5 und 6, weiß ich nicht. 5 und 6, weiß ich nicht. Yo Leute, ich bin hier mit dem Stefan unterwegs auf der Gamescom 2015 und der macht hier gerade einen Vlog, deswegen wollte ich mal ganz liebe Grüße hinterlassen, ihr müsst euch gar nicht umpaschen. So geht's gerade. Es sind schon noch einige Leute, die haben einen Start, die wollen auch noch einen, die haben... Ich glaube, dass du das gemacht hast. Guck mal, das ist ja das T-Shirt vom Grund hier. Genau, das ist irgendeine Cloud auf die Stange. Läuft das nicht. Mein Lieber. Ich bin hier ganz gespannt. Ich natürlich auch. Bis dann. Tschau. So, auch das waren die Highlights von Mai bis August. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mein persönliches Highlight, wie gesagt, war dann auf der Gamescom, auf der Let's Play-Bühne, auf der YouTube-Gaming-Bühne. Das war schon ein Jahr, als ich da mit Sarata war und ich hab das mir eigentlich so gedacht, dass ich, dass ich den Vlog beende, also so gesagt, das Video beginne. Und dann hat er sich die Kamera einfach geschnappt und hat dann selber losgelegt. Das hab ich ihm vorher nicht gesagt, weil ich hab nur gesagt, es wär halt voll cool, weil ich grad nen Vlog mache, über die Gamescom. Es wär halt wirklich cool als Highlight, sag ich mal, dass du nochmal zum Schluss irgendwie was sagst. Und da wollte ich eigentlich anfangen, hey, guck mal, wenn ich hier auf der Bühne hab und dann hat er selber angefangen. Aber mir war das auch im Grunde egal dann, so im Nachhinein, als ich das dann gesehen hab nochmal. Und auch ganz zum Schluss, der Feli, ich wollte ihm eigentlich noch die Hand geben und dann hat er einfach, ich weiß nicht, hat er einfach voll daneben gegriffen oder so. Naja, es ist passiert, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war die Gamescom für mich das persönliche Highlight in dieser Zeitspanne, ja, im August auf jeden Fall, auch die ganzen Videos davor. Auch wieder bei, äh, in dieser Zeitspanne hätte ich natürlich auch viel mehr Videos nehmen können, auch ein paar andere Videos, aber die Videos, die waren mir halt, äh, persönlich sag ich mal wichtig. Und genau, da wollen wir auch schon zur letzten Zeitspanne kommen, bevor wir das hier auflösen, unser geheimnisvoller Zettel. Und zwar September bis Dezember, da sind viele neue coole Projekte gestartet, unter anderem natürlich FIFA 16, ja, wir haben, äh, ne Karriere oder wir haben schon ne Saison mit dem SV Darmstadt rum, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt sind wir zur Zeit in der zweiten Saison, geht auch ab nächstes Jahr natürlich ganz normal weiter. GTA 5, hab ich auch Freude dran gefunden, der Story-Modus, vielleicht kommt sogar GTA Online mit ein paar Leuten. Ich hab ja auch vor, nächstes Jahr, das sag ich aber gleich noch, ne, und dann natürlich auch noch Zelda Ocarina of Time, wird vielleicht nicht so häufig geguckt bei Re-Let's Play, aber ich finde trotzdem, dass dieses Spiel sehr, ja, sehr episch ist, sehr mystisch ist und mit zu meinen Lieblingsspielen auf dem Nintendo 64 gehört, hat und auch noch gehört, falls ich mal ein N64-Spiel spiele. Und dann natürlich auch die Gewinnspiele dann im Dezember, waren natürlich auch mehr Highlights für euch. Ne, mal gucken, ob ich das im Laufe des Jahres, im nächsten Jahr 2016 nochmal irgendwie in der Art mache, oder vielleicht auch jetzt wieder im Dezember, weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau, da hab ich auch wieder ein paar Szenen zusammengeschritten. Wir schauen uns mal die letzten Highlights an. Hier sind die letzten Highlights von September bis Dezember. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Let's Play auf meinem Kanal, das kann man schon sagen. Wir spielen heute eine Runde GTA 5. Und die vierte haut grad ab, naja, auch nicht schlecht, so. Aber schnell rein, da, komm! Aha! Wir befinden uns also unter ärztlicher Behandlung, offensichtlich, weil wir wohl mit unserem Leben nicht so ganz klarkommen. Aber wir genießen erstmal, ah, die super, mega, geile Aussicht auf Los Santos. Und wie es nicht alles heißt, oh, schöner Wagen, schöne Frauen, schöne Häuser, Fragezeichen. Aber mega geil die Kulisse, oder? Im Grafischen her, auch wenn ich, wie gesagt, die Grafik bis dann nach unten stellen musste. Ja, immer noch mega geil. Und da fühlt man sich so, weiß nicht, zurückversetzt in die alten GTA-Zeiten. Als noch noch GTA San Andreas gezockt hat, das war ja echt damals das beste GTA. Dann hab ich, wie gesagt, noch mal GTA 4 gezockt. Aber das war nicht ganz so gut, also, find ich jetzt. Und jetzt halt wieder GTA 5. Und jetzt hat sich wirklich nichts verändert. Überall Cops, überall Besoffene, die rumlaufen. Und dann sind da noch wir. Michael. Wollen wir mal loslegen. Jetzt spielen wir also nicht den Michael, den wir sonst gespielt haben am Anfang, sondern einen farbigen. Sagen wir mal so, wir müssen... Aha! Schicke Karren! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Nebenprojekt, kann man sagen, auf meinem Kanal. Zu einem Re-Let's Play, zu einem richtig mega hammer geilen Re-Let's Play. Es ist The Latin of Zelda Ocarina of Time rausgekommen von Nintendo 1998, so ungefähr. So müsste das gewesen sein. Spürst du es? Ich habe einen fahren lassen. Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrule zu besiegeln. Oh, da kommt ein Fan. Oh, ein Fan kommt! Hallo! Aber woher wissen die Fans, wo ich wohne? Das ist voll nervig. Hi! Guten Morgen, Stefan! Ah, Sunshine! Na, die müssen wir beeindrucken. Pass mal auf, wir gehen nicht die Leiterrunde wie ein Gentleman, wir machen das einfach so. Zack! Bam! Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Ocarina of Time. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan aka HSBLP. Natürlich immer noch seit vier Jahren unverändert und wir starten heute rein in die neue Fußball-Saison. Willkommen bei FIFA 16. Und zwar habt ihr ja als Community sozusagen die Möglichkeit gehabt, über einen Monat hinweg entscheiden zu dürfen, mit welcher Mannschaft wir spielen. Und dabei war es sehr, sehr spannend, sag ich mal, bis zum Schluss oder auch sehr, sehr knapp dann bei den Mannschaften. Aber letztendlich, ja, spielen wir, so habt ihr euch das entschieden, mit dem, ja, mit dem aufsteigert, mit dem SV Darmstadt. Jetzt gucken wir erstmal auf die Mannschaft, also und auf die Formation. Hier haben wir also schon mal Dominik Stroh, Engel Rosenthal haben wir unter anderem noch, 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 rechtes Mittelfeld vielleicht nochmal und ein Sturm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel verlangt für 2,2, aber vielleicht können wir ja in der zweiten Liga zuschlagen. Und dann, ja, bis zum nächsten Part, euer HSBLP, macht's gut und ciao! So, das waren also nun auch die letzten Highlights. September bis Dezember waren auch ein paar schöne dabei. Ich hoffe, ich hab's hier euch, weil ich hab's richtig getroffen mit den Highlights. Ne, also, ich bin zwar nicht der Beste in so Highlights schneiden, aber auf meine Art und Weise denke ich mal, dass das schon ganz gut war. So, ich stell mir den Zettel mal hier hin. Ja, das war nun also das Jahr 2015 bei mir auf dem Kanal in Highlights kurz zusammengefasst. Ja, von Januar bis April, Mai bis August, von September bis Dezember. Und jetzt, ja, bevor wir zu der ganzen Danksagung kommen, wollen wir jetzt erstmal den geheimnisvollen Zettel auflösen. Ja, viele wissen ja, wer mein letztes Silvester-Special gesehen hat, dass ich da mir ein kleines Ziel gesetzt habe. Und da wollen wir heute mal gucken, ob sich das rendiert hat. Ich hol schon mal einen Stift. Und in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, schauen wir uns nochmal an, was ich im letzten Jahr mit diesem Zettel gemeint habe oder gemacht habe für viele, die nicht da waren. Hier, schaut mal. Und ich hab mal mir gedacht, dass wir einfach mal was ausprobieren. So, ja, so eine Art Experimenta jetzt einfach mal. Das wollte ich eigentlich im letzten Jahr, also für dieses Jahr schon machen. Aber das ist mir dann spontan irgendwie immer mitten im Jahr eingefallen. Das ist dann wirklich blöd. Ich hab, wie gesagt, den Zettel schon mal gefaltet. Ich hab dann mal meine Voraussetzungen draufgeschrieben. Ich weiß nicht genau, ob man's lesen kann. Da steht dann, ähm, 1.100 Abonnenten dann insgesamt. Also nicht in dem gesamten Jahr 1.100 Abonnenten machen, sondern dass ich dann insgesamt im nächsten Jahr, am 31.12.2015, 1.100 Abonnenten, mein Gott, ganz ruhig, auf meinem Kanal habe. Das sind so meine Wünsche, die ich habe. Ist jetzt irgendwie keine Erwartung oder so. Ich stapel von Haus aus immer ein bisschen tiefer. Also jetzt nicht nur bei YouTube, auch bei anderen Sachen. In real life stapel ich meistens immer etwas tiefer. Und dann habe ich unten noch aufgeschrieben, 70.000 Aufrufe insgesamt in dem Jahr. Ich habe gerade mal geguckt in den Analytics auf YouTube. Ähm, da habe ich die Statistik mal so ein bisschen verglichen mit diesem Jahr. Und, ähm, ja, dann halt auch fürs nächste Jahr. Also in diesem Jahr habe ich bislang, glaube ich, auch so rund 70.000 Videoaufrufe gemacht. Oder ein bisschen weniger, 68.000, 90.000, weiß ich nicht. Und, äh, Abonnenten habe ich so circa 500 gemacht. Und wenn wir dann nächstes Jahr nochmal 500 machen, dann hätten wir ja so ungefähr 1.000... 1.400 oder so, 1.300. Deswegen, also diesen Zettel hier. Ich mache mal die Webcam. Mache ich nicht tiefer, sonst ist da irgendwie wieder was. Also hier ist die Box. Hier ist die magische Box, hier ist der Zettel. Beides kombiniert. Ich tue diesen Zettel, ihr seid jetzt live mit dabei. Ich tue diesen Zettel hier in diese Box rein. Und ich hoffe, dass wir am 31.12.2015 hier wieder sitzen können. Nur halt umgekehrt, dass ich die Box halt dann wieder aufmache. Ihr seht das? Hier ist der Zettel drin. Sieht man das? Da ist der Zettel drin. Die Box wird geschlossen. Und die stelle ich da hinten auf die Fensterbank. Zack. Ich glaube, ihr habt das vielleicht kurz gehört. Hinten auf die Fensterbank. Und ich hoffe, dass es uns Glück bringt über das Jahr hinweg. Genau. Und das wollen wir heute versuchen, ob sich das denn gelohnt hat. Ob das auch wirklich so eingetroffen ist, wie es stand auf dem Zettel. Ich hole die Box. Da ist die Box. Die stand eigentlich letztes Jahr da. Aber jetzt habe ich mir ein bisschen umgeräumt in meinem Zimmer. Deswegen schauen wir einfach mal. Äh. Wo ist der Zettel? Ich hoffe, der ist jetzt noch hier. Ja, hier ist er noch. So, zack. Hier ist der Zettel. Der ist noch zusammengefallen. Ich habe ihn wirklich. Ich schwöre auf meinen ganzen Kanal. Ich habe diesen Zettel nicht anberührt. Ich habe ihn nie, nie berührt. Seitdem wir das letztes Jahr hier reingetan haben. Und da stand drauf. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Ich habe da keinen Haken oder so gemacht. Wir gucken auch nochmal drauf. Da stand drauf. 1.100 Abonnenten und 70.000. Ah, gefokust. Und 70.000 Aufrufe. Fokus. Fokus auf mich. Fokus auf mich. Ja. Gefokust. Fokus. 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 Filibus. So, jetzt haben wir es wieder. Ja, die 1.100 Abonnenten. Haben wir die denn erreicht? Klar, haben wir erreicht. Wir haben schon insgesamt 1.700. 1.700 Abonnenten. Wahnsinn. Hätte ich mal ein bisschen höher gestapelt. Aber 1.100 Abonnenten war für mich so realistisch. Weil ich gesehen habe, ich habe 2015 so circa 450 bis 500 neue Abonnenten dazu bekommen. Wenn das in diesem Jahr nochmal so sein sollte, dann ja, vielleicht kommen wir ja zu den 1.100. Aber da ich schon im Januar dann mein 1.000 Abonnenten-Special gefeiert habe, da habe ich mir so gedacht, na, bei 1.100 wird es wahrscheinlich nicht aufhören. Und als es dann schon bei 1.700 war, fast 2.000 Abonnenten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr seid mit 2.000 Leuten zusammen in einem Raum, das ist ganz schön viel. Für viele ist das heutzutage nicht mehr viel, aber für mich ist das persönlich sehr groß und eine ganz, ganz starke Leistung. Dann 70.000 Aufrufe haben wir, glaube ich, auch locker erreicht. Also mit diesen 70.000 Aufrufen war gemeint, dass ich insgesamt im Jahr 2015 70.000 Videoaufrufe mache, nicht insgesamt dann 70.000 Aufrufe habe. Jetzt habe ich ungefähr 200, 2.000 oder so 202.000 Aufrufe, Videoaufrufe und ich denke mal, das haben wir auch locker, locker erreicht, ja. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Deswegen dieser Zettel, ich habe mal Haken reingemacht, so, schnell, damit es nicht wieder mich entfokust. Diesen Zettel werde ich mir irgendwo aufheben, ich werde den noch wieder in die Box zurück tun. Ich werde aber dieses Jahr leider keinen Zettel machen, oder was heißt leider keinen Zettel. Aus diesem Grund einfach, weil ich einfach dieses Jahr gemerkt habe, wenn man sich ein Ziel setzt, ist es schon gut, aber man wird umso mehr entpäuschter, wenn man dieses Ziel nicht erreicht. Und das habe ich bei vielen Leuten gesehen, die nicht ihr Ziel erreicht haben, haben dann schnell mit YouTube gequittet oder haben dann irgendwie was anderes gemacht und das will ich, ja, auf das Niveau nicht runterbegeben. Ich möchte mich denen einfach nicht anschließen, sagen wir es einfach mal so. Ich bin zufrieden, so wie es bislang läuft. Und, ja, ein Ziel zu setzen ist natürlich immer schön. Ich würde mich freuen, wenn wir im Jahr 2016 dann die 2000 Abonnenten irgendwann erreichen sollten. Aber da ist noch ganz weit hin. Ich habe, wie gesagt, gerade erst mal 1710 oder 1711, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das für mich eine sehr große Zahl. Und bevor ich das Silvester Special jetzt hier beende, möchte ich euch, ja, vielen, vielen Dank sagen für dieses Jahr 2015. Es war sehr ereignisreich, wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Was ich im nächsten Jahr vorhabe, das kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen, natürlich die Projekte, die ich jetzt habe, werden so fortgeführt. Ja, FIFA 16, GTA, Zelda, da kommen noch ein paar Spiele da mit dazu. Und ich möchte mehr mit der Community machen. Ich möchte auch wieder mehr Together-Aufnahmen machen, also ein Video mal mit euch zusammen oder so. Das hat mir dieses Jahr, äh, habe ich gemerkt, hat mir das ein bisschen gefehlt. Und deswegen würde ich das im nächsten Jahr sehr gerne nachholen. Und seien wir mal ehrlich, zu zweit macht es einfach mehr Spaß, wenn man hier immer nur alleine vorsitzt und mit sich selber redet oder so, keine Ahnung. Ja, was gibt es noch anderes groß zu sagen? Wir sind jetzt schon in der Endkarte angelangt. Wenn ihr meint, euch hat das Silvester Special gefallen so gut, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung. Da war viel Schnittarbeit, ja, war nicht ganz leicht, äh, das so zusammenzuschneiden alles. Aber ich denke mal, ich habe das ganz gut hingekriegt, dafür, dass ich nicht so gut bin im Highlight schneiden. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr auch im nächsten Jahr keine Videos mehr verpassen wollt, hier sind vielleicht nochmal irgendwo ein paar Playlisten verlinkt oder so. Könnt euch ja mal, oder hier, keine Ahnung, könnt euch ja mal irgendwo, äh, anschauen. Ja, und dann danke ich euch, wie gesagt, für ein super ereignisreiches Start 2015 nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit mir. Ich wünsche euch einen schönen Silvesterabend. Ja, feiert schön rein, rutscht nicht so dolle. Hat man mir auf jeden Fall immer gesagt, rutscht nicht so dolle. Feiert ein bisschen mit Freunden, Familien, Verwandten, wer da auch immer zu euch kommt oder wo ihr hingeht. Und dann, ja, seht ihr jetzt gleich nochmal ein kurzes Highlight-Video, wie es dann weitergeht. In 2016 habe ich mir nochmal ein paar Szenen auch zusammengeschnitten und ein paar Vorschau-Szenen, sag ich mal, zusammengeschnitten. Und dann, oder ich habe halt ein Video darüber gemacht, was im nächsten Jahr noch kommen wird. So, sagen wir es mal so. Und dann würde ich sagen, ja, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so, wie ihr seid. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Und ich hoffe, ja, dass wir im nächsten Jahr auch so gut zusammenarbeiten, wie wir das auch in diesem Jahr gemacht haben. Videos werden wieder ab dem 4. Januar kommen. Ja, also, ich habe mir jetzt erstmal ein bisschen frei auch genommen und ich nehme mir einfach mal die Pause. Ich habe noch ganz viele Videos auch vor Ort, die kann ich rendern und vorher dann hochladen. Aber ich merke, dass das auch ganz schön zerrt. Also, wenn man wirklich jeden Tag versucht, ein Video hochzuladen, das war ja bei mir eigentlich so der Fall. Also, ich habe ja fast jeden Tag ein Video hochgeladen, außer ich war in den Ferien irgendwo weg. Oder ich habe mir mal einen Tag freigenommen oder so. Oder ich konnte halt einfach nicht, dann habe ich auch einfach mal eine Woche lang nichts gemacht oder zwei Wochen lang. Aber ich habe wirklich versucht, so gut es geht, jeden Tag ein Video bzw. zwei rauszuhauen, ja. Und dann, ja, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, das Wort des Jahres bei mir oder die Wörter oder der Wort, die Wortlaute, würde ich sagen. Oder wie gesagt, war ganz oft bei mir. Und dann würde ich sagen, geht schon wieder los. Ja, bis zum nächsten Jahr, euch einen guten Rutsch und ja, macht's gut. Vielen Dank für eure Unterstützung. Toi, toi, toi. Ich hoffe im nächsten Jahr auf weitere. Und dann, hau da rein. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.